Das Wort Al-Ummah wird im Koran für mehrere Bedeutungen verwendet. Unter anderem für die Zeit. Zeit wird Ummah genannt. Und der sich nach einer Ummah wieder besinnt. Nach einer Ummah ja nach einer Zeit. Und Ummah wird auch verwendet für die Religion. Inna wajadena aaba'ana ala Ummah. Wir haben unsere Väter auf einem Dien vorgefunden. Ebenfalls wird das Wort Ummah verwendet für einen Menschen, der in sich die löblichen Charaktereigenschaften vereint und somit als Vorbild dienen kann für andere. Ebenfalls Ummah ist eine Person, die Ummah nennt man auch die Anhänger eines Propheten, nennt man auch Ummah. Oder jemand, der alleine als einziger der Religion folgt, wie der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam über Amr ibn Ufail sagte. Zeyd ibn Amr ibn Ufail sagte. Yub'athu Zeydun ummatan wahda. Zeyd alleine ist eine Ummah. Zeyd alleine ist eine